Ich kann das hier echsen, wenn ihr wollt, aber da ist nichts mehr drin. Für 5 Euro echse ich den Rest. Da ist viel drin. Du ehrenloser Bastard. Fick dich, dieses Stück Scheiße. Was denn? Du ich. Oh Junge. Was? Moment, das muss ich in den Vlog, sonst war's. Oh nee. Wir tanzen später den Tankro. Ach du Scheiße. Max ist hier, der Barkeeper draußen. Es freut mich, wenn ich irgendwas Gutes sehe. Ja, ich arbeite. Legal für das Land. Ich werde Aussicht genommen. Ein Supratanz. Ja, spende mir was, dann saufig. Da ist nichts drin. Da ist viel drin. Man sieht nichts wegen dem Becher. Der Influg ist drin, ja. Da sind 5. Ich zieh mein T-Shirt nicht aus. Kauft mehr Merch. Ich grüße Maren, Baki und Michelle. Junge, was stinkt nicht. Du bist ja wirklich gutmütig mit dir, dass du uns derartig unterstützen möchtest. Aber hier, das ist mal was Solides. Das würde ich auch echsen für mindestens 5 Euro. Ja, das siehste. Ich muss ja wieder heimkommen. Finanziert meine Heimkunft. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal, was hier wirklich drin war in dem Becher. Das ist ein kleiner Schluck. Das sieht größer aus. Das sieht kleiner aus, wie es ist. Ja, hier. Hier, das ist ja drin. Ja, toll. Das ist ja wirklich vodka cola. Ja, miese Kiefer ja schon wärs. Warte mal, soll ich mich schon was übersehen? Weiß ich nicht. Also nur mal um es euch zu erklären. Der Schender hat das Tablett. Ach, sieht man nicht. Das seht ihr dann? Doch, doch da. Ein bisschen, warte. Da, jetzt, da, warte. Jetzt, jetzt hier an meiner Brust. Das ist da. Und ja, hier vor meiner Brust. Er hat das Tablett, wo wir dieses T-Shirt verbrannt haben, das war halt übelst heiß. Ist ja logisch, das ist ja arschheiß. Und das hat er halt auf dem Teppich einfach gestellt und das ist der Teppich an der Stelle komplett geschmolzen. Grüße an alle 30 PS von Bodenseern. Der soll das endlich mal fechern. Also der Teppich, der ist jetzt komplett versaut. Also da ist ein riesiges Brandloch jetzt drin. Da ist wirklich ein riesiges Brandloch. Ne, zwei. Wieso zwei? Hier sind ja viele kleine Krater, aber du, der Junge. Scheiße. Das ist ja nicht schön. Was ist denn, wenn ich das einfach so lasse? Da wirst du eh nix anderes machen. Ich könnte ihn wirklich neu verlegen. Ach Quatsch, ich bin nicht so sauer.